Hallo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wir haben ja im letzten Mal ja ziemlich lange nach dieser blöden Spieluhr gesucht und nicht gefunden, weil ich vom Bild her ausgegangen bin und dachte, ich liege richtig. Und da habe ich jetzt bei dem mal nachgeschaut, wo das gewesen ist und... um es euch zu zeigen... Ja, ich glaube, ich erkenne jetzt schon, dass es in der Richtung da hinten ist. Ich zeige euch das gleich nochmal. Wir halten dann mal das Foto daneben. Mein Gangsymbol... The Rooks. So, jetzt hört man es auch. Ah, sehr einleuchtend auf einmal. Londoner Geheimnisse. Dieses Foto, da seht ihr ja die Spieluhr, also die Kiste mit der Spieluhr drin. Und ich habe mich beim letzten Mal hinten an der großen Esse orientiert. Und war auch fast richtig, nur hier ist es definitiv richtiger. Wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Hocke geht, dann sieht man, okay, das ist das Bild. Ach so, er hat die Spieluhr genommen gerade. Hm, da guckste. Eine Scheibe. Ich frage mich, wie das eine Spieluhr ist. Ach, das ist die... Ähm... Das ist nicht die Spieluhr selber, sondern die Scheibe davon, die den Ton abgibt. Okay, das hätten wir dann mal. Und ich dachte mir, heute gucken wir uns nochmal so ein paar andere Sachen an. Wir haben hier nämlich zum Beispiel Rennen von A nach B. Das gibt's... Äh, bei... Das gab es bei Unity, glaube ich, nicht so was. Wir hatten das aber bei Assassin's Creed auf jeden Fall. Ähm, bei... Oh, bei... Bei... Was war denn das? Mit den Piraten? Kommen gerade nicht drauf. Da war das so eine... So eine Note hinterherfliegen. Hinterherfliegen, hinterherlaufen. Und sonst, ich glaube... Also, ich kenne es auf jeden Fall von Assassin's Creed 2. Und da war es auch manchmal ziemlich schwer. Also, musste man noch ein paar Anläufe versuchen. Bis man das geschafft hat. Wir gucken jetzt einfach mal, was das hier gibt. Du bist ruhig, Wulle. Ach, hier, er wieder. Spiel. Boah, ich muss, glaube ich, echt mal gucken, ob ich hier die Umgebungsgeräusche ausmachen kann. Ich muss auch den Sound immer nochmal nachbearbeiten. Extrem. Du, 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 du. Ach so, Rennen. Kutschenrennen. Ich dachte, so ein Sprinten. Boah, da muss ich auch nur überholen. Glaubst du dich weiter? Das hab ich im Sack! Alter! Hier! Wie soll ich das denn schaffen? Sie nicht an! Du hast doch gar keine Chance! Komm schon! Komm schon! Langsam! Boah, ich dachte, das wäre das erste Ziel. Das geht ja weiter, natürlich. Das muss ein Checkpoint. Boah! Aber ich hab die auf der ersten Grade schon eingeholt. Boah, jetzt... Ich glaube, ich sollte nicht zu viel Gas geben. Boah, scharfe Kurve rechts! Steh doch nicht im Weg, Mann! Wir machen doch Rennen! Boah, ich komm nicht mehr nach links rüber. Boah! Heftig! Alter! Die Kiste hinten, die fällt nicht runter, aber die schüttelt es durch. Ohne Ende. So! Alter! Was mich hier stört, ist, dass das... nicht mit dem normalen Richtungstasten funktioniert. Aber ich sehe schon... Glaub ich... Ne, ist noch nicht das Ziel. Wieder nur ein Checkpoint. Boah, wieder scharf rechts. Alter! Kommst du da ins Schlingen hier? Komm weg da! Wäre ich fast nur auf den draufgefahren. Boah, nicht so eine enge Gasse hier. Das weine ich. Schwierig, dann gerade zu halten, so wie der ins Schleudern kommt. Boah! Sie sind ganz auf... Nah dran hier. Ah, komm schon! Krieg aber doch langsam schon wieder ein Krampf hier. Seid ihr denn wahnsinnig? Warte mal, wenn ihr überholt, da ramme ich den. Da vorne ist das Ziel! Nein! Geht mir aus dem Weg! Ja, ich bremse den einfach aus. Jawoll! Und? Äh, jawoll! Jawoll! Ja, da kriegst du Muskeln in die Hände hier. Meinen Glückwunsch zu ihrem Sieg! Nimm mal langsam! Ja, ja, der Topping, also der, der sorgt für Daumenkrämpfe. Ähm, fortsetzen erstmal. Bringt da mal ein bisschen Kohle, ne? Und natürlich auch Gegenstände, da können wir ja nochmal gucken hier. Fortschrittslogbuch, der Londoner Geheimnisse, das haben wir jetzt. Inventar, Monturen, Naturburschen, Naja, er sollte eigentlich mal... Kann man auch keine Montur anziehen? Ne. Sagen wir hier wieder, Verbündete. Nat, why not? Achso. So, Orte. City of London. Da war ich doch schon mal. Achso, Bank of England. England, Mansion House, Royal Exchange. Und ne Assassin-Information. Ja, schade, dass das keine einzelnen Sequenzen sind. Gang Upgrades. Hm. Kostet nur Kohle, ist sehr gut. Ich wollte eigentlich nochmal ins Inventar. Hier unten rein. Und da hat man doch irgendwie was empfohlen. Ausrüstung. Also, das kann ich upgraden. Das Ausrüst, äh, selber herstellen wahrscheinlich. Ähnlich. Okay. Chemikalien. Ja, pumpst die erstmal rein. Hups. Die Karte rollt ich. Und eigentlich, mir fehlt jetzt hier, ja gut, mir fehlt noch ein Helix-Glitch. Also, ich hab ja den hier. Ne, halt. Den und den und einen muss ich noch finden. Und mit dem Enterhaken krieg ich die jetzt auch. Was warten wir hier? Wieder runden. Aber da müsste doch schon stehen. Ja, erster Platz. Genau. Komm, wir machen das hier auch. Dann haben wir da auch einen ersten Platz, wenn ich's direkt schaff. Gemeinschaftsfundstück. Versteh ich nicht, wieso Gemeinschaftsfundstück? Geht doch nicht mehr im Multiplayer. So, wie weit ist denn das? Boah. Boah, ey, komm. Ja, genau. Fahr mir noch über meine Füße, du. Ich will dir empf... Äh, hallo? Ja, das meine ich nämlich. Also. So nicht, mein Freund. Ja, nimm deinen Gaul da vor einer Straße. So, mal richtig Gas geben. Aber ich drück jetzt nicht, äh... Powermäßig drauf auf den... A-Knopf. Ne, ja, A-Knopf. Das kann ich dann nicht mehr, dann beim eigentlichen Rennen. Hopp, hopp, hopp. Aber das find ich cool, da gibt's eine Menge zu sehen. Und auch nebenbei zu spielen. Und... Ja. Boah. Hohohohoho. Junge, Junge, ey. Hoho. Der boxt hier hier durch, ey. Was war der, ey? Wir gehen ja nur mal das rechts-links-rammen. Ah, so war das. Komm, den ramme ich mal. Die haben Pferde, Junge. Hohohoho. Ist das geil, ey. Das kommt so gut. Hohoho. Boah, da hab ich ja einen Spaß, ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Aus dem Weg mal, wenn ich komm. Mal gucken, ob der zufällig irgendwo jetzt noch einen Glitch entdeckt hat. Ne, das ist nicht mehr meine Stadt. Oder nicht mein Bezirk. Kann ich spielen. Suchen Sie sich Ihr Pferd aus. Ja. Boah, das will ich aber auf Pole Position starten hier. Ich hab doch vor die Runde gewonnen. Ach, wieder ganz hinten, ey. Vor der ersten Kurve muss ich vorne landen. Boah, was? Junge. Alter, ist das schon härter jetzt. Aber ich könnte warten, bis die vorne sich gegenseitig ausschalten. Boah. Natürlich. Oh. Das war natürlich blöd. Boah, den hab ich aber gegeben. Ist voll in die Mauer gerauscht. Komm schon, gib ihm. Boah. War ich natürlich selber nicht gerade in der besten Position. Boah. Alter. Aber jetzt kommen. Nein. Boah, krass. Da hatte ich aber Glück. Boah, die haben alle einen mega Stau da hinten verursacht. Jetzt hab ich voll die Ruhe. Guck mal, da unten auf der Karte. Wie sie jetzt wieder losfahren erst. Kann ich halt nicht hupen oder sowas? Boah. Ich hab schon wieder einen hinter mir. Alter, hat der aufgeholt. Oh, das gibt einen Krampf. Na, versuch des Rechts. Jetzt hat er aber schlechte Karten. Uh. Boah. Auflänge Kurven. War ich hier nicht gerade schon? War ich eine Runde diesmal, oder wie? Oder täuscht das? Nee, hier war ich wirklich schon. Alter, verpest dich. Boah, liegt alles mit. Ganz ruhig, meiner. Nee, da kommst du nicht vorbei. War durch, dass die Kurve ganz eng wie gerade. Ja. Jetzt bauen die da wieder einen Unfall. Ist ja geil. Haha. Ich musste eigentlich... Oh, diesmal sind sie schneller dran. Die hab ich ein bisschen zu groß genommen, die Kurve. Egal, das schaffe ich noch. Boah, es wird eng. Richtig eng wird's. Nein! Da vorne ist das verfickte Ziel. Oder auch nicht. Ah. Komm schon. Nein! Ich will ja nicht verlieren. Boah. Da hab ich nach vorne gerannt. Du bleibst schön stehen hier. Rechts vor links. Und ich kam von rechts. Wo wird schon wieder einer hier? Dann ist denn die Runde mal vorbei. Ganz ruhig. Brrr. Jetzt komm es. Oh, du willst es doch anlegen. Nein, was ist denn das? Komm schon. Boah, hab ich's? Hab ich's? Alter, das war aber wirklich hier, ähm... Zielfoto. Meinen Glückwunsch zu ihrem Sieg. Neuer die Tails-Level, immerhin. Ich glaub, ich kann pro Part nur eine so ne Runde machen hier. Haha. Jetzt gehen sogar schon auf den Unterarm, statt nur auf die Hand und den Daumen. Aber nice! Wird auf jeden Fall noch richtig schwer. Das hab ich doch auch schon gewonnen hier, ne? Persönliche Bestleistung nicht gesetzt? Ach, weil das am Anfang nur ein Test war, oder wie? Erster Platz. Erster Platz. Aber ich mach jetzt nicht noch den Kampf. Da krieg ich ja wirklich, äh... Da würd ich eh nicht gewinnen. Sag ich mal so. So, haben wir denn irgendwann noch so einen blöden Glitch? Guck mal, da läuft die Zeit runter. Da geh ich jetzt zum Schluss einfach nur mal gucken, was da hinten los ist. Ja, die Massenereignisse, die lass ich jetzt mal. Ups. Haha. Ach. Guck dir auch die Wand an. Da hing ja nicht mal irgendwie ein Aushang. Oder eine Impression. Oder eine Zeitung. Nichts hing da. Komm schon. Boah, warte mal. Geh doch bestimmt... Nein. Halt, stopp. So komm ich doch viel schneller dahin. Das kann ich ja direkt mal austesten. Zack. Ja gut, das Problem ist, dass der hier auch hangelt zwischen euch. Wobei, das ging ruck zuck gerade. Ja klar, geht auf jeden Fall schneller. Erstmal, weil ich quer Feld einlaufen kann. Und weil ich nicht klettern muss. Aber nicht viel. Jetzt müssen... Na gut, ich kann ja auch das wieder nutzen. Den Enddagen. Aber das finde ich richtig genial. Das haben sie sich gut ausgedacht. Und jetzt darunter. Komm. Ah, das kommt auf den Neigungswinkel des Seils an. Ob er durchziehen kann oder ein Stück hangeln muss. Jetzt muss ich aber noch ein bisschen hochhangeln zum Schluss. Dann wird er wahrscheinlich langsamer. Ja, sieht man auch sogar. Aber da gibt sich ja immer so ein Anstupser da noch. Boah, ich dachte, ich mache da einen Abgang hier. Nach unten. White Shaper. Saume. Da ist ein Fenster kaputt. Gibt es eine Alarmglocke. Hey, warte mal. Da unten hat er mir doch gerade... ...das Teil angezeigt. Ist das drin etwa? Guck mal rein. Hier war doch ein Fenster kaputt. Ja, hier habe ich doch die Kinder befreit. Aber wo ist dieser Glitch? Muss ich nochmal nachschauen, was das... Ah, da. Guck mal. Wurde mit ihren Freunden geteilt. Hä? Ach so. Da wird das bei... ...zehn Helix Credits erhalten. Interessant. Also dann wahrscheinlich hier bei YouPlay. Ich gehe da jetzt nicht reingucken. Gut, aber das hätten wir dann jetzt auch geklärt. Da gibt es halt Punkte und die... ...Freunde. Da kann man sich wahrscheinlich battlen, wer am Ende mehr findet oder so. Ah ja, die Glocke habe ich damals schon kaputt gemacht. Aber es gibt ja immer auch Punkte, ne? So, und dann... So, und dann... Hallo? Bim! Ne, gibt keine Punkte. Gut, also wie gesagt, hier mache ich mal einen Cut, ne? Danke für's Einschalten. Nächstes Mal geht es dann wieder mit Missionen weiter. Aber ich zeige euch auf jeden Fall immer wieder auch, äh... Ne, Missionen. Und es gibt ja noch ganz viel Neues zu entdecken, was ich noch nicht gezeigt habe. Ja, und, ähm... Da sage ich jetzt nur noch... Wer hat nicht vergessen, habe ich schon, äh... Aber haut darin bis dahin, ne? Tschüss!